Willkommen zu deinen Glückskeksen. Für alle die, die sagen, das kann noch nicht alles gewesen sein. Es geht darum, wie man seine Träume lebt und was Glück und Erfolg wirklich bedeuten. Möge dir ein großes Licht aufgehen. Viel Spaß! In der heutigen Folge erzähle ich dir, warum du in Wirklichkeit ein Superheld oder eine Superheldin bist. Und dazu fange ich erstmal an mit einer Geschichte. Ein Mann taucht unter Wasser. Er schwimmt mit kräftigen Zügen und zählt in seinem Kopf mit. 13, 14, 15. Er weiß, es braucht ungefähr 40 Schwimmzüge, bis ein Loch im Eis erscheint, aus dem er wieder herausklettern kann. Denn er schwimmt unter dem Eis. Das Wasser ist eisig kalt. Er spürt es nicht. Er ist hochkonzentriert. Er zählt. 38, 39. Die Sicht ist trübe. Er hat keine Taucherbrille auf. Er verlässt sich ganz auf seinen Instinkt. Er weiß ungefähr, müsste er jetzt da sein. Doch da ist kein Loch. 42, 43, 44. Etwas stimmt nicht. Er ist an dem Loch vorbeigeschwommen. Seine Sicht wird immer trüber. Es entsteht dieser sogenannte Tunnelblick. Er sieht nur noch das, was direkt vor ihm ist. Und er weiß nicht genau, was er jetzt tun soll. Er folgt einfach seinem Instinkt. Er dreht um. Und er sagt sich, es müssen ungefähr sechs Schwimmzüge sein bis zu diesem Loch. Eins, zwei. Und plötzlich gerät er in einen Zustand völligen Friedens. Er spürt gar nichts mehr, nur noch eine unendliche, wunderschöne Ruhe. Er spürt nicht, ob er noch atmet, ob er noch schwimmt. Es ist einfach nur friedlich. Und in diesem Augenblick packt ihn ein Taucher am Arm, zieht ihn die drei Meter zum Loch zurück. Und dort warten schon Helfer, die ihn herausholen. Und er sagt, das war der Moment, der Moment in seinem Leben, wo er einen Augenblick lang Unbesiegbarkeit gespürt hat. Völlige Furchtlosigkeit, denn die bedeutet, dass du unbesiegbar bist. Das ist die Heldengeschichte, die wir in allen möglichen Variationen immer wieder hören. Dass der Held seine Angst besiegt und dann wirklich, wirklich unbesiegbar wird. Wim Hof gewann diesen weiteren Weltrekord und wurde als Eisman, als der Eismann weltbekannt. Ich werde das unten verlinken, weil ich es eine großartige Geschichte finde. Und die habe ich mir heute noch vor meinem ersten Smoothie am Morgen reingezogen. Weil ich das manchmal morgens tue, wenn ich merke, dass mich so eine gewisse Schlaffheit überfällt. So ein, jetzt muss ich das noch machen und ich habe keine Lust. Dieses Gefühl, was uns auch immer gerne in die Komfortzone zurückzieht, weil wir das Gefühl haben, dass es uns dort gut geht. Weil wir das Gefühl haben, dass wir dort sicher sind. Aber dort werden wir niemals unsere Angst besiegen. Und wenn wir unsere Angst nicht besiegen, werden wir nicht glücklich sein. Denn sie wird uns immer wieder einholen. Das heißt auf gar keinen Fall, dass jeder jetzt unter das Eis tauchen muss, um das zu erreichen. Aber zu wissen, dass ich diese Kraft in mir habe, ist für mich ein unglaubliches Wissen. Und das ist das, was mich heute so geflasht hat bei dieser Geschichte. Und es war nicht die einzige, denn gleich danach habe ich noch die von David Goggins angehört, der ein Navy SEAL war und noch zwei andere unfassbare militärische Ausbildungen absolviert hat. Drei an der Zahl als einziger Amerikaner. Ich glaube, ein Volk von, ich glaube, 300 Milliarden oder wie viele leben da? 320 Milliarden. Und einer alleine hat das geschafft. Und der kam aus einem Elternhaus, wo er brutals geschlagen wurde von seinem Vater. Der hat auch seine Mutter brutals geschlagen. Er hat die Schule geschwänzt, die Schule abgebrochen. Er hat dann einen Job gefunden und wog dann mittlerweile 150 Kilo, weil er einfach keinen Sinn sah in seinem Leben. Und diese alten Geister ihn immer weiter jagten. Die sind zwar weg von seinem Vater, aber die Dämonen haben ihn weiter verfolgt. Und der hat sich dann eines Tages gesagt, er muss sich dem stellen, weil sonst wird er niemals Ruhe finden in seinem Leben. Und hat dann eben diese Navy SEALS-Ausbildung angefangen. Das sind ungefähr, ich habe mir das aufgeschrieben, 130 Stunden in der Woche kontinuierliches Training. 130 Stunden in der Woche. Rennen mit kiloschweren Lasten auf dem Rücken. Nachts aus dem kurzen Schlaf gerissen werden, um in kalten Schlamm zu robben stundenlang. Klimmzüge, Situps, Tausende am Stück. Und natürlich ist es so, dass die meisten dann aufgeben. Weil das ist zunächst mal auf den ersten Blick übermenschlich. Wie soll man das schaffen? Und David Goggins hat gesagt, ich musste mir ein Mindset zulegen, das mich unbesiegbar macht. Das mir das Gefühl gibt, ich muss das jetzt machen. Und wenn es mein Leben kostet und nichts wird mich davon abhalten. Und natürlich erzähle ich hier von Extremen, von absoluten Extremen. Aber warum ich mir sowas von meinem ersten Smoothie anhöre, das ist genau der Grund, den ich vorhin genannt habe. Nämlich, dass ich verstehe, dass wir das tatsächlich alle in uns haben. Wim Hof war ein total durchschnittlicher Dude, der seine Frau unglaublich liebte und vier Kinder hatte. Und dann gab es das Bäm in seinem Leben, als die große Dunkelheit kam und als seine Frau Depressionen bekam und aus dem achten Stock irgendeines Hochhauses in den Tod sprang. Und diese Trauer, diese Agonie, in der er sich danach jahrelang befand, die wollte er überwinden. Er wollte das irgendwie überwinden und darum hat er sich diesen Extremen ausgesetzt und er hat es geschafft. Und er hat gesagt, eigentlich habe ich alles nur getan, auch diese 26 Weltrekorde, die er dann bekommen hat, oder den Marathon in der Wüste zu laufen, ohne einen Tropfen Wasser zu trinken, oder den Mount Everest zu besteigen, ohne T-Shirt, barfuß, nur in Shorts. Das hat er alles nur gemacht am Anfang, um dieser Trauer endlich zu entkommen, die wie eine dunkle schwarze Decke auf seinem Leben lag. Und dann hat er erkannt, dass er dieses Wissen, das, was er da angesammelt hat, in dem er sich selbst überwunden hat, über sich selbst hinausgewachsen ist, dass er das an andere Menschen weitergeben kann. Und mittlerweile sind das Millionen auf der ganzen Welt. Und vor allen Dingen hat er sehr dabei geholfen, dass es Menschen gelingt, ihre Depressionen zu überwinden. Also für mich ein absoluter Superheld. Aber heute geht es ja darum, dass ich dir sagen möchte, dass du diesen Superhelden auch in dir trägst. Wie gesagt, es geht nicht um diese Extreme, aber manchmal schaut man auf die Extreme, um zu sehen, was möglich ist. Denn das, was dieser Mann und David Goggins geschafft haben, hat jeder, 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 jeder für vollkommen unmöglich gehalten. Vollkommen unmöglich. Ich meine, stell dir mal vor, bevor das dann ja wirklich passiert ist, stell dir mal vor, du läufst rum und sagst, ja Mann, ich besteige nächste Woche den Mount Everest. Hä, was, hast du denn schon deine Ausrüstung zusammen? Nö, ich mach das barfuß im T-Shirt, in Shorts. What? Sie hätten dich alle und haben ihn sicherlich auch alle für vollkommen verrückt erklärt. Und dass David Goggins 4000 Klimmzüge in 17 Stunden schafft, hätte auch niemand für möglich gehalten. Und das hat er. Er hält heute Vorträge und ermutigt Menschen auf der ganzen Welt, den Hintern aus der Komfortzone rauszuheben und ihr Ding zu machen, an sich zu glauben und den Mut zu haben, ihr Ding zu machen. Und manchmal brauche ich solche Geschichten, weil die wie Vitamine sind. Und andere nehmen irgendwelche Eiweißdrinks und ich habe eine Sammlung von solchen Geschichten inzwischen, weil die mir einfach so ein Gefühl geben, dass auch in mir Kräfte sind, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Und ich habe gelernt im Laufe meines Lebens, weil auch ich viele Dämonen hatte, die mich gejagt haben, habe ich gelernt, mich immer wieder meinen Ängsten zu stellen. Und das ist auch jedes Mal wieder furchteinflößend. Aber ich habe verstanden, aus der Angst raus geht nur durch die Angst durch. Und diese Geschichten helfen mir dabei zu sehen, okay, es ist möglich. Das Unmöglichste ist möglich. Selbst das, wo ich denke, das kann ich nicht schaffen. Das ist zu groß, zu viel, zu whatever für mich. Das schaffe ich nicht. Ich kann das schaffen. David Goggins hat 150 Kilo gewogen, als er in einem Labor gearbeitet hat, das irgendwelche Sprays gegen Kackerlaken hergestellt hat. Und hat sich jeden Abend die Pizzen und die Burger reingezogen. Und war ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch wie du und ich. Wenn du den auf der Straße gesehen hättest, hättest du dich selber wahrscheinlich noch für überlegen gehalten, weil er wirklich als so eine riesige Rumkugel daherkam. Und die Fotos, ich habe das eben auf YouTube gesehen, ich meine, da würdest du niemals für möglich halten, niemals für möglich halten, dass dieser Mann eines Tages der Mann wird, der als einziger Amerikaner diese drei Hardcore-Ausbildungen zu Ende bringt. Darum war mir das wichtig, dir das heute zu erzählen und dich daran zu erinnern, dass es eine Kraft in dir gibt, die alle Vorstellungen übersteigt. Daran glaube ich zutiefst. Wirklich, wirklich, wirklich. Und vielleicht hinterlässt es bei dir so einen kleinen Funken Erinnerung, dass du in manchen Situationen, wo dir wieder jemand sagt, ach, das wird doch nichts. Oder du selber denkst, ach, das schaffe ich bestimmt nicht. Ich bin doch viel zu doof, zu dick, zu dumm, zu hässlich, zu nicht gut genug. Was auch immer. Dass du vielleicht in diesem Moment dich daran erinnerst, es gibt so viele Menschen da draußen, denen ging es ganz genau so. Und die haben diesen ersten Schritt gemacht, zu sagen, ich gehe jetzt darauf zu und ich setze mich jetzt damit auseinander und ich überwinde das jetzt. Wäre das nicht wunderschön? Wäre das nicht wunderschön? Es war immer schon so, in der Geschichte der Menschheit war es immer schon so, dass alle gesagt haben, es ist unmöglich, so lange bis einer daherkam und es möglich gemacht hat, indem er gezeigt hat, es ist möglich. Ich hoffe wirklich, dass das einen kleinen Funken, eine kleine Prise Sternenstaub bei dir hinterlässt und dich motiviert. Also es ist wirklich auch ein guter Tipp, sich ab und zu mal solche Geschichten reinzuziehen oder auch in Buchform. Also alle diese Männer haben ja auch Bücher geschrieben. Ich mache seit einiger Zeit die Atemübung von Wim Hof, kann ich dir unten auch verlinken. Ich finde die ganz toll, weil die einen so energetisieren für den Tag. Es gibt dazu auch wissenschaftliche Studien, das führt jetzt hier zu weit, aber sie reichern auch dein Blut an mit Sauerstoff und es ist unglaublich gesund. Und das sind zehn Minuten. Also das mache ich jetzt mittlerweile jeden Morgen und das tut mir unglaublich gut. Mit dem Kaltduschen, dazu konnte er mich noch nicht überreden. Also es gibt ja so Sachen, jeder hat ja so seine, ich sage mal, Achillesferse. Und Kaltduschen ist für mich, ich bin absolut der Karibik-Typ, wirklich. Das jeden Morgen zu machen, ist für mich unvorstellbar, ganz zu schweigen davon, in ein Loch im Eis zu steigen. Aber wer weiß, also es reizt mich schon ungeheuer, mir eben dieses Mindset zuzulegen, dass ich das schaffe. Weil ich habe auch im Internet ein paar Leute gefunden, so eben normalos wie du und ich, die das dann auch wirklich ausprobiert haben. Also du machst eine gewisse Vorbereitung eben durch solche Atemübungen und andere Übungen, die er in seiner Ausbildung zeigt. Und dann hat er auch Gruppen, mit denen er sich dann irgendwo auf der Welt in Island weiß, der Himmel wo trifft. Und dann marschieren die alle mit freiem Oberkörper bei zehn Grad Minus da durch die Weltgeschichte. Also das hat meinen höchsten Respekt, weil Kälte ist für mich, wow. Aber wie dem auch sei, der Punkt ist, dass es immer dann funktioniert, wenn du lernst, also dass du deine Ziele erreichst, deine Träume leben kannst, dein Leben, das, was du gerne möchtest, leben kannst, wenn du mehr an dich glaubst, immer mehr lernst, an dich zu glauben. Ich meine, die meisten von uns haben das nicht im Reisegepäck, wenn sie auf die Welt kommen. Wer kommt schon auf die Welt und sagt, yeah, hier bin ich, wo ist das Klavier? Meistens ist es ja so, dass dann erstmal diese ganze Zeit kommt, wo wir, ich nenne das ja immer, gehirngewaschen werden, im Hinblick darauf, was wir alles nicht können. Vorsicht, mach das nicht, du fällst hin, nein, lass das lieber, das geht bestimmt nicht gut aus. Mach lieber diesen Beruf, das bringt mehr, das ist mehr Sicherheit und, 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 und. Und weil wir so kleine, liebende, volksame Wesen sind, speichern wir das alles ab und sagen, na, die großen, tollen Erwachsenen, die werden schon Recht haben. Und nachher verbringt man den Rest seines Lebens damit, das alles wieder zu transformieren und loszuwerden, diese behindernen, begrenzenden Überzeugungen, die man sich da in seinen Rucksack geladen hat. Und wenn du dich deinen Ängsten stellst, findest du so viel über dich selbst heraus. Und das ist so wichtig. Es ist dafür wichtig, um dein Leben zu leben. Denn wenn du nicht weißt, wer du wirklich bist, kannst du auch niemals wissen, was du wirklich brauchst. Und darum geht es ja. Es geht ja um dein Leben. Welches Leben brauchst du? Was brauchst du? Welche Zutaten brauchst du? Dass du glücklich wirst, dass du das, was du für Erfolg hältst, erreichst. Weil es dich auch glücklich macht. Was brauchst du? Und das findest du heraus, wenn du weißt, wer du bist. Und das findest du nicht heraus mit einer Töte Chips und acht Folgen Netflix in der Komfortzone. So viel ist klar. Nicht, dass ich nicht gerne Netflix-Serien sehe. Hier kommt gerade Toki, mein Kater. Will auch noch was dazu sagen, glaube ich. Toki ist nämlich auch ein super Held. Der glaubt total an sich. Der weiß genau, morgens wird die Dose aufgemacht, dann gibt es Futter. Und wenn er auf meinen Schoß springt, gibt es Streicheleinheiten. Der weiß genau, was er will und was er braucht. Es ist mein absolutes... Toki ist mein Superheld. Ich hoffe, mein lieber Superheld, meine liebe Superheldin, du hattest ein schönes Aha-Erlebnis. Es hat dir was gebracht. Unten drunter, wie gesagt, die Links zu den Geschichten von Wim Hof und David Goggins und zu der Atemübung. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Am nächsten Glückskeks. Ich hoffe, du hattest ein paar gute Aha-Momente. Dir sind ein paar Lichtlein aufgegangen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne ein paar Sterne, Likes, Rezensionen. Ich freue mich über alles. Dann wird der Podcast auch anderen vorgeschlagen. Wenn nicht, habe ich dich trotzdem lieb. Und wir hören uns am nächsten Sonntag. Du weißt, unter der Woche gibt es zwei Dailies. Und ich wünsche dir alles Glück der Welt. Glaub an dich, der Superheld, die Superheldin steckt in dir. Ich weiß das und du weißt das eigentlich auch. Bis bald. Ich freue mich. Deine Beatrice. Deine Beatrice. Deine Beatrice. Deine Beatrice. Deine Beatrice. Deine Beatrice.